Ich besitze über 30 Anzüge und alle von diesen Marken. An erster Stelle muss einfach Anton Mayer sein. Ein deutsches Unternehmen mit einer super sympathischen Führungsebene, ihre Produkte Leben und Qualität lieben. Vom Smoking-Sakko bis hin zu meinem Hochzeitsanzug habe ich einiges von der Marke und gehe immer wieder gerne in den Hamburger Store. Am meisten besitze ich tatsächlich von Sued Supply, lasse das 15 Anzüge und 12 Mäntel sein. Was die Stoffe und Qualität angeht, zu dem Preis sind sie meiner Ansicht nach unschlagbar und lassen Hugo Boss Anzüge für 600 Euro wirklich schlecht dastehen. Pini Parma. Pini Parma setzt dann nochmal einen drauf, indem sie ihre Kleidung zu 100% in Italien produzieren und teilweise auch per Hand herstellen lassen. Quasi ein Brunello Cucinelli, das zur Vernunft gekommen ist. Geniale Farben, tolle Stoffe und Details der Anzüge wie ein breites Revers stimmen auch. Was sind eure Favoriten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen, damit wir voneinander lernen können.